guten tag hier bin ich wieder euer stu von unser klick heute mit dem gedicht träumerei von karl ettlinger vorgetragen von wolfgang haus aus der aufzeichnung von palmegarde aus dem jahr 2011 viel spaß träumerei ich hab nie angst vom tod empfunden mir geht sogar oft durch das sinn wie ich eins in der erd da drunnen wie ich da still und glücklich bin doch nicht im friedhof möchte ich leie im wissen botten legt ich gern weit von der häuser weg im freie der großstadt und dem lärmefern sucht mir daraus ein platz in kühle karlplume nur bank stellt her und loszert auf die kinder spiele dass ich ihr herzlich lache auch um ein grab stein möchte ich bitte die mediarfach inschrift gibt er war nie mit der welt zufrieden aber hat sie doch so heiß geliebt träumerei das war das gedicht von karl ettlinger vorgetragen von wolfgang haus aus dem palmegarde frankfurt aus dem jahr 2011 das war's bis dann und wenn ihr zeit und lust habt gebt uns einfach ein feedback über messenger oder per e mail ob euch die serie karl ettlinger gefallen hat oder auch von friedrich stolze bis dann auf wiedersehen tschüss stopp noch was wir haben nämlich auch die zwei sache von dem herrn stolze und von dem herrn ettlinger von wolfgang haus gesprache auf dvds die könnt ihr bekommen die dvd stolze beinhaltet 18 gedichte und die dvd ettlinger beinhaltet 20 gedichte jede dvd kostet 14 euro 50 plus versandkosten bei uns stu grafo amerikanplatz 8 könnt ihr die bestelle adresse seht ihr unten danke tschüss und